moin moin die leute sehr willkommen zu einem neuen live stream hier oder einer neuen folge je nachdem wie ihr das seht im live stream chat sag ich erstmal moin moin und natürlich auch moin auf jeden tag fürs reinschalten jetzt muss ich selber mal gucken das ist dann wahrscheinlich die mittwochs folge ich wünsche noch mal alle allen jetzt dabei sind noch mal wünsche frohe weihnachten gab zu haben oder wie auch immer so ja im titel steht schon also autodrive habe ich jetzt schon mal mit reingenommen kurs play scheint mir noch sehr 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 in der entwicklung zu sein wo glaube ich gefühlt alle paar minuten update raus kam ich das gesehen habe wo irgendwas dran geändert wird da kommen also kurs play ja wäre schon schön zu haben aber ich glaube die letzten arbeiten die wir hier auf der französischen karte machen werden und kriegen wir auch gerade noch so im autodrive eigentlich nur schon mal um auch so ein bisschen die funktion zu sehen vielleicht das neue die neue übersicht zu sehen und ja man sieht jetzt hier die chatbox ist praktisch über dem autodrive aber ist ja mal da mal nicht die sagt danke für 100 bits vielen vielen dank danke dann gedanken wir hatten schöne weihnachten danke und selbst selbst auch bisher immer scheißige völlerei stressige völlerei es weihnachten man hüpft hier eigentlich so family technisch von einem futtertermin zum nächsten war es schmeckt immer gut man ist ja auch immer selber schuld aber es ist immer so gut schmeckt dann neigt man ja doch auch vielleicht eine andere dazu noch ein nachschlag zu dem wobei es eigentlich nicht nur tun würde und man haut sich den mann voll auf deutsch gesagt aber ja schreibt gerne rein in die kommentare auf youtube auch gerne und auch im live stream natürlich auch wie waren eure weihnachten habt ihr gut gespeist und so weiter sofort hatte hier ein schönes fest soweit wie es ging panikpiddy 100 bits am start und dann geht ihr wieder vielen lieben dank wir haben hier noch ein paar steine zu sammeln hier wollten wir steine verladen denn glaube ich hatte ich noch genau hier steht die sämaschine um noch raps anzupflanzen die können wir jetzt eigentlich auch direkt hinterher schicken müssen wir sagen wir warten noch was gibt es mittlerweile genau ich sag bei mir nur lässt darauf sich warten in meinem spiel stand weil ich finde kurs play scheint noch so so viele updates raus zu hauen dass man ein bisschen schwierig ist und ja deswegen ich warte jetzt einfach noch bis zum nächsten jahr oder bis donnerstag donnerstag abend gibt es noch mal live stream oder donnerstag abend gibt es dann auch ein live stream info stichwort silvester es gibt ja bestimmt wieder ein paar leute die bock hätten auf dem silvester live stream ob wir es hinkriegen wie wir es hinkriegen müssen wir mal gucken wir werden wieder erst später erstmal machen wir einen auf entspannenden abende vielleicht wenn noch haben wir haben shelly und ich nichts richtiges geplant aber ich würde da für die interessierten die tatsächlich silvester zeit haben eh zu hause rum chillen dann noch mal eine info raushauen ob wir silvester was machen oder nicht und wenn ja was und wie auch immer danke dir für einen monat und das auch schon für 19 monate danke werde auch tanlos mit und es hat beim start danke dir auch für zwei monate schon am start moin moin 16 monaten am start danke danke moin moin erne schnecke mit 300 wird sagen die hier und der lulu mit 400 wird danke danke ich wünsche allen frohe weihnachten gab zu haben und danke wieder doch da sind wir am startzeit zur runde farming auf der französischen map noch immer lange aber noch ich habe heute mal kurz ein bisschen zeit gefunden aber auch nicht so über eine neue palette klare nicht so richtig viel zeit er hat ja gesagt ich kann das ja einfach so machen aber warum darf ich die palette ist sie trotzdem dieses zusätzlich noch hier wird fest und dann stelle ich sie hier oben hin und dann wird die ja eigentlich mehr gefüllt so ist die d also was hier los leute noch mal pitbull schweizer mit 333 bezahlen die unter sachsen mit danke danke leute viele liebe dank für eurem support und für ein level level 2 halb schweigen schon am starten hallo zusammen bäume die sehen schon noch ein bisschen was aus also stichwort bäume ist auch da habe ich mich mit beschäftigt heute mal so ein bisschen ist ein bisschen nervig die bäume so auszutauschen auf der marsch ganz glücklich bin ich mit den neuen baum texturen nicht aber es ist irgendwie auch ungünstig und nicht so richtig schön wenn man die zwei jahreszeiten ls 22 hat sie aber optisch nicht sehen kann generelles problem beim ls finde ich ist die unterschiedliche wirkung der bäume was die farbgestaltung so angeht die bleiben knallig grün einige übergrün aber ich denke ich werde erstmal auf das neue baum system setzen in der hoffnung das bestimmt irgendwann gute grafik die designer da die bäume noch mal ein bisschen schicker machen also mod technisch noch mal eine neue textur oder so ergeben die ein bisschen schöner einfach aussieht kurs play ist auch aus jo da haben wir die infos ist mir klar das kurs plan lässt man auf sich warten ist eher für mich gedacht also mein spielstand ich habe jetzt heute hier zum autodrive mit drin und ich wollte es mir mal angucken einige von euch haben wir da schon voll den plan und könnt ja vielleicht auch schon nachher ein tipp raushauen sofern es gebraucht wird autodrive wird zum steine verkaufen obwohl können wir steine verkaufen mit autodrive ich weiß es nicht und ich habe mir das ausgibt ein ort für ort straßennetz also es gibt das komplette straßennetz für diese karte schon eingefahren das habe ich mir mal mit dazu genommen auch wenn ich das meiste eben brauchen werde aber ich habe es jetzt einfach mal mit reingenommen verkaufte lüffel steine gibt es hier nicht oder wenn eine straßen als von euch es wäre hier vorne auch wenn man müsste es ja über die karte sehen doch da ist doch eigentlich vielmeier ach so das heißt auch vielmarkt gesteinsbrecher deswegen ja okay das ist noch sehr gewöhnungsbedürftig ich meine auch der lese ich habe das gesehen auf der einen seite wurde irgendwie ständig neue version rauskommt nach nah dann wollen wir nicht übertreiben hier da kommen gefühlt weil sie nicht gibt schon zehn unterschiedliche version weil jede kleine änderung wird wieder als version teilweise auf einigen seiten eingestellt und da ist noch so viel krass bewegungen drinnen also ich auch denke kurs playing kann ich noch ein bisschen warten kurse gab es zum beispiel auf mod hoster mehr quatsch auf hier auf mod company ist tatsächlich ein infizierter gute besserung alles gute alles alles gute dass wir ich habe gerade rein dass wir noch einer fehlt noch was die kalender geschichte angeht ein anton nur mal schon mal als info und dürfen wir dich auf der marge sehen wie du let's plays machst er ist auch erst im nächsten jahr denn jetzt zwischen den tagen ist ja auch nicht so viel zeit ständig schafft auch nichts ich bin da ein bisschen am arbeiten ich muss auch wieder arbeiten noch diese woche bis zwischen den tagen nicht groß frei und dementsprechend kommen wir modding mäßig gerade nicht wirklich voran das wird alles erst im nächsten jahr was deswegen leider habe ich auch nicht vor auf die marschall vorher müssen müssen die feldwege und sowas das muss gerne schon ordentlich sein weltwege muss ordentlich sein dieses gras leko an den seiten das muss alles ordentlich sein die straßen müssen freigeräumt sein von diesem gras was wir teilweise in den vorstellungsvideo schon gesehen habt bevor das nicht ist weil sonst muss man ständig die frucht density also die frucht wachstums also generell die frucht datei im spiel zurücksetzen und das nervt natürlich wenn selbst etwas auf den feldern drauf hat gerade geerntet hat dann setzt sich die frucht datei zurück und ist wieder erntet drauf oder so das schockt ja nicht ganz so doll deswegen das sind so große bausteine die ich erne noch fertig haben möchte im straßensystem also an den kai fahrzeugen an den routen daran werde ich wahrscheinlich tatsächlich erst noch weiter basteln wenn ich schon auf der karte bin weil das ist nachher nicht kritisch das sind einfach nur wegen okay es gibt noch ein paar mehr roten stück für stück so ungefähr werden noch weitere kreisläufe hier in der map angeschlossen das kann man ja nachträglich noch machen keine ohne probleme so gut danke für den support smileys machen wir erstmal hier den prosten erstmal noch mal kaffee groß so lange noch waren das großleute und da gibt es ein schweigen die arme schelle ich habe auch nichts kommt nicht also das geht ja dieses ganze gras auf der straße da ist schon echt noch und ist eine vierfachkarte da sind schon wege zu gehen klar und dementsprechend ist er einfach noch so wenn ein paar stunden arbeit drin stecken immer noch nicht mit dem update aber das wollte ich jetzt demnächst mal drauf installieren die meisten jetzt soweit nur die rückenmeldung glaube ich waren eigentlich soweit gut alles das ist ja danke dir für den 14 monaten auch schon moin moin und das max und carsten von ja auch noch mit support danke euch mit dem prime sub auch noch rüber herbert danke dir ja dann kommen wir eigentlich noch einen autodreifuhrs testen ob wir mit dem träger da gleich vorspannen ob er die steine verkauft bekommt oder nicht ja ist ein bisschen hoch bügel autoloading gibt es auch schon genau habe ich sogar auch wo ich glaube ich habe mir bisher nur mal ordner jetzt nicht aktiviert zu beginnen moin 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 ein extra eiscreme für shelly sobald die ganzen straßen vom unkraut befreit sind sie machte auch einige grundstücke frei vom unkraut ist und ich muss auch noch einige grundstücke gestalten ich brauche noch die verkaufsstation ihr wisst ihr zwei supermärkte der nügel und der aldi die haben sie nicht überlebt und der war im prime sub am start danke dir für den fans hat vielen dank fürs support und an alle noch mal die support bände danke euch für den support danke 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 mega nice lol ja also die supermärkte wisst ihr ja wir haben es auch nicht überlebt in den alice wir haben es also gefühlt werden es gar nicht weniger steine ist dass wir so viele hingekümmt haben unsere schaufel ist nicht besonders groß aber ein bisschen dank weiß da werden kleine anhänger cooler oder eine kleine verladerampe die bäume sehen aber echt schön stattlich aus also denke wir werden das vorspulen gleich da kommen wir heute denke ich noch zum laufe des abends aufnahme ist jetzt ein bisschen einschließlich silvestertag bei der abend hier kann also sein dass wir schon soweit kommen ist in den frühling winter ist er steht ja nicht so viel an kommt darauf an was wir missions mäßig und so das gucken uns dann an der moin moin ist einschalten da haben wir schöne insta foto gesehen oder ich weiß gar nicht natürlich nur in der whatsapp gruppe rausgehauen ich glaube jetzt nur in der whatsapp gruppe rausgehauen mit dem alten träger gute alte deutsch in der scheune von meinem opa komisch dass man das so vor sich her schiebt davon das habe ich also auch noch nicht wirklich gesehen ich weiß ob alle steigen in den kleinen hänger passen würden ja und auf andere ja wir kriegen das schon irgendwie weg ich habe keine e-mails gecheckt in den letzten tagen ja nichts zu sagen also wenn wir seit weihnachten ich habe keine e-mails gecheckt in den letzten tagen das letzte mal vorbeinachten shelly hatte e-mails gecheckt heute um zu gucken ob alle sich wegen kalender gewinnspiel gemeldet haben und wie gesagt ein antwort fehlt noch der gerne noch melden der wird wissen dass er teilgenommen hat ja läuft der deutsch nice schönes ding wir haben eine whatsapp gruppe für kanalmitglieder stufe landwirt ne quatsch stufe lohner und höher auf youtube die kanalmitglieder die abos so 14.540 liter steine haben wir also jetzt würde ich ja gerne einmal zumindest noch autodrive hier in ls 22 einmal getestet haben das heißt ja eigentlich so beladen haben wir das ist ein bisschen schwer zu lesen für mich irgendwie naja steine also hoch war da aufgeladen und da soll jetzt verkaufen also im besten fall verkaufte die steine und das war ja auch mal moin der kanalmitglieder dieser stufe lohner landwirt und gut ja jetzt mal wieder ein paar vorhersagen muss mein kanal wenn wir irgendwie verschleudert ja ich weiß noch nicht genau grüße aus portugal grüße nach portugal ja man kann das hat sich den größer einstellen das ist klar ist aber dann auch nur so viel raum ein kann man denn die farbe irgendwie ändern oder das ist also das neue autodrive menü hier da kann man das ist mit mord einfach über die chatbox setzen ja also ich im spiel sehe ich ja ohne die chatbox hier seht es natürlich dann unter drüber gelegt also super lieb vielen vielen dank ein gedanke natürlich auch mal ein gedanke geht noch der modus zum ad zum verkaufen das ist ja auch schon wieder voll hast du recht dass man da noch zu ende fahren darf man sagen oder der autodrive fahrer der nähert sich auf jeden fall schon mal aber hier ist natürlich auch echt eine blöde stelle um abzukippen es ist nicht so die schöne position ich werde die karten also die fahrzeuge wenn ich im normalfall werde ich das alles mitnehmen ja man muss die vehicles dafür umschreiben und muss dann einfach die fahrzeuge zurücksetzen und wieder neu weg sortieren wenn man ja neue hallen wahrscheinlich haben wird das steht ja nicht so wie hier denn sondern das wird ja neu sein dafür ist ein bisschen um sortierung nachher mütig ja also der umzug ist tatsächlich so gut wie gleich vom ls 19 zu ls 22 also was die dateien angeht die mit müssen hat sich tatsächlich nicht viel geändert aber trotzdem zeige ich das logischerweise nochmal hier im stream guck mal seine steine hat er tatsächlich hat er verkauft wenn wir los wo wer soll also das autodrive kann sehr nice ja also es gibt neue info ist klar am donnerstag gibt es ja immer infos aber diesmal sind die infos verhalten da darf man logischerweise nicht zu viel erwarten letzten donnerstag wisst ihr ja war ja dann der war ja schon eine ganze menge zu sehen wenn wir weihnachten nun also freitag samstag und sonntag war komplett ebene weihnachtszeit das morning mäßig 0,000 passiert aktuell sind ferien wir haben besuch also ist montag stand heute auch nicht viel passiert nicht viel heißt es ist zumindest ein bisschen was passiert morgen wird das gleiche sagen es wird ein bisschen was passieren ja mittwoch bin ich arbeiten da wird wahrscheinlich nix vielleicht auch nur ein bisschen passieren dann ist er vielleicht auch ein bisschen auch ne dann auch schon wieder donnerstag dann auch nix eigentlich also ihr seht diese woche ist mal zwischen den tagen ist modernmäßig nicht richtig was zu holen wie kann ich denn noch einblenden dass er das da vorne nicht anzeigt diese diese pfeile wo er hin will experten welche einstellung ist das an die auto dreifexperten bei euch ihr seht diesen diesen punkt vor mir möchte ich gerne nicht unbedingt immer da haben ja in die einstellung dachte ihr sagt mir auch gleich wie es heißt die wegeinzeigen toll toll da nix auf fahrt ja nix auf fahrt ok danke danke jeder danke euch so finde ich gut funktioniert also autodrive hat schon mal den ersten test hier definitiv bestanden sehr sehr schön kann wieder auf jeden fall als hilfe bezeichnet werden für einfache verkaufsfahrten definitiv für überführungsfahrten und so weiter ja eh also sehr sehr schön muss man sich nur erstmal wieder ein bisschen mit wieder dran gewöhnen hat man jetzt ja doch bald anderthalb monate kein autodrive mehr genutzt muss ich da erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen so letzte bahn von ihm das ist schick dann können wir die sehmaschine mit raps los schicken weil der raps das feld soll gerne noch angepflanzt werden im september am heutigen ingame tag damit wir nachher keine unterschiedlichen wachstum stufen drin haben können wir noch mal gucken was er an missionen gibt ob es schnäppchen gibt auch schon wieder an ich glaube auch alle drei fahrten nicht irgendwie stimmlich ein neues update zu dem kurs bei scheinbar jetzt gar nicht die standard bemüßigen posten autodrive habe ich jetzt nicht drauf geachtet habe die genauso teuer die hier nur mit dem stau ist auch echt komisch ne dann mobilen wir uns mal rein und sagen da ist Hof01 ich weiß nicht genau wo Hof01 ist das ist das hier ne nice ja Hof01, Hof02 ist ja praktisch das könnte mir eigentlich als Parkposition nutzen wie kann ich das noch machen die kann ich noch einen Parkplatz zuweisen ich würde mir auch gerne reinschreiben wenn ihr wollt hallo moin hallo moin hallo moin hallo moin hallo 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 19 jahren also wenn ich nicht quatsch auf einstellen gehen und dann okay danke 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 das streckennetz kannst du runterladen gibt es auch von der ls mod komponier zum beispiel einfach ort für belarant autodrive streckennetz habe ich eingeben bei google gerade eben auch kurz vor dem stream möchte kommen wenn ich autodrive vor der abend nutze dann möchte ich auch halbwegs nutzen können und dann brauche ich schon mal ein netz nein danke fürs reinschalten auf youtube denn das war es für die erste folge abend heutigen was ist denn laut mittwoch es gibt noch zwei weitere folgen heute bis dann vielen Dank und Tschüss bis zum nächsten Mal